So und wieder geht es weiter mit Mellawonna 2010 und diesmal verteidigen, okay. Dann wollen wir mal schauen. Campen ist angesagt. Schießt der Panzer auch schon auf uns? Schwerer Flieger von mir, aber ich kann sowieso mit Waffeneinstellungen den Schalldämpfer, den mache ich weg. Machen wir Standardlauf. Und dann geht es wieder weiter. Ups, keine Rauchgranate. Wollte ich eigentlich nicht. Er hat jetzt mich fast erwischt. Ui, ui, ui. Oh nö, nicht wieder ganz hin. Das finde ich ja gar nicht. Jawoll. Machen wir mal Aufklärung. Und Defensivunterstützung fürs Team. Ich finde jetzt noch eine Aufklärung, da bin ich schlecht. Und dann geht es weiter. So, geht's hier bestimmt ab. Hier fliegen die Handgranaten um Dutzend. Campen. Oh, aber ich kann nicht gemerkt, dass ich keine Patronen mehr habe. Oh, man. So. So. Kind of. Ja, ich hecke mich hier durch die Gegend. Das war lustig. Das war lustig. Okay, weiter geht's. So. Vorsichtig weitergehen. So. 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 So.